so laut bedienungsanleitung soll ich erst den obergreifer dann den untergreifer dann die rechte nadel und dann die linke nadel einfädeln nicht von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten also machen wir das jetzt so so für den obergreifer bediene ich mich des fadens der hier hinten rechts steht und führe den einmal von hinten nach vorne über diese kerbe und die vordere in dieser halterung dann muss der faden um diese häkchen drumrum dafür soll ich den von links nach rechts ziehen so und dann hängt er hier hinten an dem kleinen draht fest so dann soll ich laut anleitung diesen griff hier anheben und den faden darunter durchführen so also das würde mich glaube ich dauerhaft nerven wenn ich das müsste ich weiß aber auch nicht wie schlimm das ist wenn man das nicht tut aber in der bedienungsanleitung steht man soll den griff anheben und den faden darunter durchführen und dann mit beiden händen in die fadenspannung dann hier unten um dieses häkchen rum und ab da ist leider auch die schriftliche bedienungsanleitung nicht wirklich ausführlicher als das was ihr hier an piktogrammen habt denn in der bedienungsanleitung steht wortwörtlich fädeln sie den greiferbereich der maschine gemäß den rot markierten fadenführungen ein verwenden sie die pinzette dieser erleichtert das einfädeln führen sie den faden dabei mit der pinzette von vorn nach hinten durch die bohrung im oberen greifer das ist quasi das ende unseres weges so also wir haben wirklich nur dieses bildchen hier und die punkte um uns zu leiten also einmal hier unten durch dann hier ist ein roter punkt um dieses häkchen dann kommt hier ein häkchen da soll der faden da doch von oben und von da mit der pinzette in das greiferöhr wozu es keinerlei infos gibt in der beschreibung ist wie das handrad stehen soll das heißt ich würde mir das so machen dass der greifer hier relativ weit oben ist damit ich da gut dran komme dazu finde ich aber keinerlei info zu den einstellungen was ich mit dem handrad vorher machen soll in der anleitung durch das und nach hinten ziehen für mich jetzt ungewohnt dass dieses ding hier im weg ist und ich da nicht so viel sehen kann aber daran gewöhnt man sich bestimmt hier dann unter den fuß und nach hinten weg so der unter greifer also gelb dafür nehme ich die koning hier und die muss von hinten nach vorne nur durch dieses eine halterungsteil hier hinten wieder von links nach rechts an diesem draht festhängen und jetzt muss ich hier erneut den griff anheben und den faden darunter durchführen so und dann muss denn die fadenspannung in zwei fingern soll man den faden halten und hier zwischen die fadenspannung ziehen und dann hier um diesen bügel herum so und ab jetzt folgen wir dem gelben weg der da ist so hier unten um diese klammer da rein da muss man ordentlich rein ziehen damit das hält dann von unten nach oben in dieses häkchen hier unten dann diese klammer hier von unten nach oben zack man muss da immer so ein bisschen nachhelfen und jetzt ist hier die nächste station ich kann ein bisschen variieren wie weit außen der liegt aber da muss ich irgendwie rein auch da hilft wahrscheinlich eine pinzette also falls ich mich jetzt hier so ein bisschen darauf anstelle ich mache das zum ersten mal an dieser maschine aber so jetzt ist es drin das geht an anderen einfacher so von da und da helfen mir diese piktogramme echt ganz ehrlich nur so bedingt dazu findet sich in der bedienungsanleitung eine detailliertere beschreibung also ich soll den faden einmal um diesen greifer rum wickeln und dann durch diese kerbe führen also gut einmal um den greifer herum und dann soll da eine kerbe sein die sehe ich nicht auch nicht wenn ich den greifer bewege aber wenn ich den faden einfach in die richtung führt dann klemmt er sich automatisch fest also die ist da habt vertrauen das geht so jetzt muss ich meinen anderen faden ein bisschen aus dem weg räumen und dann geht das hier von vorne durch die öse des greifers und damit ist das eingefädelt persönliche meinung an der stelle schon jetzt das wäre mir auf dauer zu anstrengen also ich bin sowieso faul das wisst ihr deshalb habe ich ja jetzt auch eine overlock und lufteinfädelung gekauft aber also im vergleich zu der brother die wir eben gerade gesehen haben die ja noch mal 100 euro günstiger ist ist das hier viel viel umständlicher finde ich allerdings ist das natürlich alles eine gewöhnungsfrage so die nadelfäden sind jetzt wie gesagt etwas einfacher und laut bedienungsanleitung fangen wir mit grün also dem rechten nadelfaden an das ist die kohle hier hinten die weil sie hinten steht wieder über zwei von diesen kerben geführt wird nach vorne hinten wieder von links nach rechts um die draht vorrichtung hier führen und dann auch hier wieder den griff anheben und den faden darunter durchführen dann in die fadenspannung unter dieses häkchen unter jenes häkchen und hier oben vorbei wo grün ist und dann geht der ganze faden der hier runter kommt in diese halterung rein dafür geht ihr von vorne hier in der mitte zwischen den beiden halterungen durch dann einen kurzen schwenk nach rechts rum und wieder nach vorne und dann hängt der faden da drin und von da kann er dann in die nadel auch das müsst ihr an dieser maschine wie auch an der brother eben mit der pinzette selber machen oder mit einer vorrichtung eurer wahl ich persönlich finde auch an dieser stelle dass das messer hier irgendwie ganz schön blöd ist das heißt ich würde wahrscheinlich learning in zukunft das messer dafür weg klappen also in dieser horizontal position die ich euch vorhin gezeigt habe aber es geht auch so und wie so viele dinge ist auch das wahrscheinlich einfach eine frage der gewohnheit fehlt uns nur noch der linke nadelfaden der geht nur durch eine halterung der anfang ist genau der gleiche wie bei den bisherigen fäden griff hoch und runter inklusive in die fadenspannung um dieses häkchen jetzt hier vorne da wo es blau ist lang hier auch wieder zwischen die beiden halterungen und jetzt eben eine kurve von links hinten nach rechts vorne und dann ist er da drin und dann kann er von da eingefädelt werden faden unter den fuß und dann sind wir startklar man